Hallo, mein Name ist Walter Wittmann von der Firma Riebeck Machu. Mein Thema ist das Trocknen und das Lagern von Scheitholz. Wir sind der Spezialist für eure Scheitholztrocknung und meine Stadt heißt Wien. Ja, liebe Holzwürmer, der neue Admiral Maximus ist endlich gekommen. Der erste Viernetz-Woodback mit einem 12-Schlaufen-System, den man unten auch noch aufmachen kann. Das heißt, wenn man da an der Schnur zieht, rutscht das ganze Holz heraus. Und das Besondere ist daran, dass das bis dato fast nicht möglich war, den zu produzieren. Hat immer große Probleme gegeben, dass es die Naht aufreißt. Weil der Pack macht ein bisschen am Bauch und wenn dann das Holz ausfährt, zerreißt es unten die Naht. Bei dem ist das jetzt garantiert nicht mehr der Fall. Wir haben das Ding monatelang getestet, haben unzählige Packs auch dabei kaputt gemacht, indem wir sie halt einfach überfordert haben. Aber der hält jetzt. Zusätzlich hat er oben noch eine Abdeckkappe. Das heißt, ihr braucht keine Silofolie mehr extra dazu bestellen. Bei dem Pack ist wirklich alles drinnen. 23,90 Euro ohne Mehrwertsteuer, 14 Euro Versand Österreich und in die restliche Europäische Union 28 Euro ohne Mehrwertsteuer für ein 10er Paket. Momentan haben wir noch ein einziges Problem. Lieferzeiten sind noch teilweise für mehrere Wochen. Müsst ihr einplanen, aber da ruft ihr am besten an oder schaut auf den Webshop drauf und dann seht ihr, ob das momentan bestellbar ist. Wichtig!